Hallo und herzlich willkommen bei Josco Fitness Health mit den passenden Bewegungen für deine Gesundheit. Heute mit dem Thema Rundrücken und ich zeige dir heute vier passende tolle Übungen, wie du dein Rundrücken ein bisschen weniger stark spüren wirst. Und ich brauche dazu wieder die Petra. Petra, du darfst gerne zu uns kommen. Und was ihr außer der Petra noch braucht heute, das ist das Terrabant. Und das hole ich einmal für uns. Falls du gerade kein Terrabant zur Verfügung hast oder du zu Hause auch überhaupt gar kein Terrabant hast, ist es nicht weiter schlimm. Du kannst die Übung auch ohne Terrabant machen. Aber ich möchte gerne euch diese tolle Alternative zeigen. Petra, du darfst das Terrabant bitte einmal in die Hand nehmen und mit dem Terrabant folgende Bewegungen machen. Die Arme sind vorne, deine Schultern sind möglichst tief und du ziehst jetzt bitte einmal das Terrabant möglichst weit nach außen. Und was ihr jetzt schon merkt, bei unserem Rundrücken haben wir ja leider so ein bisschen das Problem, dass die Schultern eher weiter nach vorne gezogen sind und dass wir in der Tendenz vom Brustwirbel eher sehr sehr rund sind, nach vorne geneigt auch. Und das wollen wir jetzt bewusst entgegengesetzt machen. Also heb dein Brustkorb an, so wie Petra das toll macht und versuche die Schulterblätter hinten zusammenzuziehen. Also sehr schön. Das ist jetzt so ein bisschen eine kräftigende Nummer auch. Also wenn ihr jetzt ein sehr sehr hartes, festes Terrabant habt, dann macht es auch Sinn, dass ihr jetzt das Terrabant etwas weiter außen greift, habt ihr eher ein sehr leichtes Terrabant, dann greift ein bisschen weiter innen, so dass es für dich auch nicht zu schwer ist. Spürst du ein bisschen die Muskulatur? Schön. Und jetzt achte immer darauf, dass deine Schultern nie nach oben kommen während der Übung. Perfekt. Klasse. Übung eins geschafft. Das Terrabant nehme ich dir ab. Klasse Petra, danke dir. Und wir machen direkt weiter mit unserer zweiten Übung. Und unsere zweite Übung geht einmal in Richtung Wand. Wir machen jetzt nämlich die passende Gegenbewegung dazu. Petra, darfst dich einmal bitte in die Position aufstellen, so dass wir mit den Händen wieder einmal die Wand berühren. Mit dem Fuß brauchst du jetzt gar nicht so groß in den Ausfallschritt gehen. Und jetzt versuche bitte den Oberkörper nach vorne zu schieben. Und das ist einfach eine geniale Gegenbewegung für den gesamten Brustkorb, Brust, Schultergürtel. Du kriegst so ein bisschen Spannung raus, gerade auch vielleicht durch den sitzenden Alltag, der dich dazu noch quält und dich nach vorne schiebt. So schaffst du Öffnung in der Muskulatur. Und du arbeitest auch hier gleichzeitig wieder bewusst nach hinten. Das ist doch genau das Richtige, was wir brauchen. Halte noch einen kurzen Moment Petra. So ungefähr zwischen 30 und 45 Sekunden sollte wieder jede Bewegung gehen. Du darfst das natürlich gerne auch in der Zeit ein bisschen länger ziehen lassen. Ich würde dir auch immer empfehlen, beim Ausatmen etwas stärker in die Bewegung zu kommen und beim Einatmen bewusst so den Brustkorb ein bisschen anzuheben. Petra, wir lösen einmal. Gutes Gefühl, jetzt nach der kräftigenden und vielleicht auch nach der dehnenden Bewegung. Wir machen noch mal eine weitere Alternative. Und zwar, Petra, versuch mal die Arme jetzt nach außen zu nehmen. Und jetzt zieh mal bewusst über den Ellenbogen in Richtung Körpermitte. Jawohl. Auch hier arbeiten wir über die Arme. Aber du merkst jetzt im Vergleich vielleicht zum Terraband auch. Es ist etwas tiefer, etwas weiter unten im Bereich deiner Schulterblätter. So hast du auch nochmal einen ganz, ganz tollen Effekt, der dich nach hinten holt. Sehr schön. Auch hier wieder ähnlich wie bei der ersten Übung. Mache wieder ein paar Wiederholungen. So zwischen 15 und 20 wären optimal. Doch hier achte darauf, dass deine Schulter stabil bleibt, dass sie nicht zu weit mit nach oben geht und dass du immer ganz bewusst den Brustkorb anhebst. Sehr schön. Und unsere letzte Übung, Petra, vielen Dank. Die machen wir auf der Matte. Du darfst einmal bitte auf deine Knie kommen, Petra. Und du darfst deine Hände jetzt einmal bitte weit nach vorne platzieren. Du bleibst mit dem Gesäß jetzt bitte über der Hüfte. Und jetzt versuchst du mal deinen Brustkorb weit nach unten zu schieben. So weit, wie es für dich geht. Und in dieser Dehnung haben wir auch jetzt wieder eine tolle Öffnung für den Schultergürtel. Und was wir jetzt auch machen können, Petra, ist, du darfst mit den Armen noch ein bisschen weiter nach außen öffnen. Genau. Schiebe noch etwas breiter und dann verändert sich der Zug so ein bisschen. Und genau so darfst du es auch machen. Also komme in die Position mit den Armen, die sich für dich jetzt auch am stärksten, am intensivsten vielleicht anfühlt. Und je weiter du dann den Oberkörper nach vorne beugst, desto stärker wird die Dehnung. Also wir haben zwei kräftigende Übungen ein bisschen, die die Muskulatur nach hinten zieht. Und wir haben zwei tolle Dehnübungen, die die vordere Muskelkette wieder etwas dehnt und du wirst beweglicher. Petra, du darfst lösen. Klasse. Vielen, vielen Dank. Ja, und das waren auch hier jetzt wieder passende Bewegungen genau für die Problemstellung. Und wenn du weitere Hilfsübungen brauchst, dann schau doch gerne mal über unseren Kanal. Wir haben auch ein tolles Video für Verspannungen im Nackenbereich. Das wäre vielleicht jetzt noch das passende als Ergänzung. Und ansonsten freuen wir uns wie immer über deinen Kommentar. Mach's gut und bis bald. Ciao.